Verpiss dich mit deinem kleinen BMW. Junge, was laberst du mit BMW ist Macht. Bist du schon mal mit einem Mercedes gefahren? Mercedes ist nicht die Macht. Mercedes hat die Macht erfunden. Während du in der Werkstatt chillst, um deine Motorkontrollleuchte wieder auszubekommen, fahre ich auf den Mond. Weißt du, wie BMW zustande kam? BMW wird aus Abfallprodukten von Mercedes zusammengeklebt. Mercedes hat nicht ohne Grund einen Stern auf der Motorhaube. Mercedes ist das Space Shuttle, welches deine Freundin chauffiert, wenn dein hässlicher BMW mal wieder nicht anspringt. Bruder, noch ist es nicht zu spät. Verkaufe deinen BMW Rasenmäher und kaufe dir einen Benz. Bist du schon mal einen Mercedes gefahren? Mercedes ist der Maßstab, mit welchem Luxus gemessen wird. Kein Auto dieser Welt kommt an Mercedes ran. Ich kann mir schon dir ganzen Kommentare vorstellen. Oder die ganzen Audi-Fanboys, welche nun sagen, dass alles Schrott ist außer Audi. Leute, wacht endlich auf. Mercedes ist das einzigst wahre Fahrzeug. Freunde, vergisst bitte nicht, das Video zu liken, teilen und das Plus verschwinden zu lassen. Danke. Benutze gerne diesen Sound für dein Video. Denkt immer daran, jede Automarke ist geil. Wir sind eine Community. Niemand soll mit diesem Video angegriffen werden. Das Video dient nur zur Unterhaltung.